Ja, meine Damen und Herren, gut, wir kommen jetzt zu einem jungen Mann, der sehr, sehr erfolgreich in den 90er Jahren mit seiner Kombo Boyzone war, seitdem aber solo unterwegs ist und das fast noch erfolgreicher, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich, hier ist Ronan Keating. Ronan Keating, meine Damen und Herren, wir wollen Ronan Keating, all the way from Ireland, all the way Ronan Keating, all right, yeah, yeah, thank you for coming to the show, thanks for having us, you come from Ireland directly, yeah, pretty much, yeah, I've been hopping around Europe, but you have from Ireland. Okay, I'm sorry that the band is not here tonight. That's all right, yeah, they're in there having a good time. They like to go to the sauna, all right? Are you a sauna friend? No, not really. You don't go to a sauna? No, no, steam room me. You've never been to a sauna? Oh, I've been there, yeah, into one of the gyms. With Bozone? Yeah, 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 go ahead, that's it. So the band. Is the band still existing? No. No, so they split up completely? Yeah, pretty much, yeah, run around now. But you went away before, the band split up. Yeah, I did my own thing. I had the single from the Notting Hill movie before that. Ah, yes, yes, yes. When you said nothing at all. That was while I was still with the band. Nothing at all, of course. Yeah, yeah, yeah. All the big hits, nothing at all. Life is a roller coaster. Yeah, yeah. Also, you had to be from Bozone getrennt, before, yeah, you went away from Bozone before and after that, did they marry each other or did they go their... They went their own separate ways. They had to be married, not from Bozone. Fair enough. No, they did their own thing. They're all gone on their own way. Are they still singers or do you know what they're doing? Steven recorded an album and so did Mikey. The other guys aren't interested in really doing any music at the moment. So, do you have an album coming out in the next time? Yeah, May 20th, yeah. Am 20. Mai kommt sein neues Album. Das hier ist seine aktuelle Single, If Tomorrow Never Comes. Und das ist echt ein sehr, sehr, sehr cooles Lied. Eigentlich ist es ein Country Song. Das ist in Amerika einer der größten Country Stars überhaupt. Und ich bin ein ganz großer Fan auch von dieser Musik und auch von diesem Song. Und haben wir einen Video Ausschnitt davon? Ja, Robin, keep it my round, ja, die Erste hat aufgegeben! Die Erste hat aufgegeben! Was denn los? Konnt ihr nicht mehr? Ging nicht mehr? Nein, der ist zu heiß. Du bist da ein bisschen durchgeschwitzt. Ja, ein bisschen. Wie, konntest du nicht mehr? Hast du Angst gehabt, du kriegst einen Kollaps? Ja, genau. Ja. Ich geh mal. Du gehst mal, ja. Tschüss! Letzter! Letzter! We gave up! We gave up! We gave up! Ja, wir machen ein kleines bisschen Werbung, dann geht's hier weiter mit Ronan Keating und Sie sehen natürlich, wie es mit unserem Band Wettbewerb weitergeht. Weil die Band ist ja wieder nicht da. We have to sing a song now. Okay. So, what about rollercoaster? Okay, man. I do the... 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 Hey, hey, baby! You really got my tail in a spin, yeah. Come on. Hey, sugar! I don't even know where to begin, yeah. But, baby, you got one thing I want you to know. No, 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 no. Wherever you go, tell me, because I'm ooh. So stop hiding. Our love is a mystery. Girl, let's get decided. Come on, hold on. Okay, now go. Hey, baby. Yeah. You really got me flying tonight. You almost got us punched in a face. That's all right. Hey, baby. Yeah. What are all the buttons for? Oh, the buttons. Yes, yes, yes. What are they for? Oh, the buttons here. Yeah. These are the buttons. They are some samples, you know, from other TV shows. Oh, very good. Yeah, which we like very much. For example, can you push this one here? It says porno. Yeah, yeah, it's porno. Oh, yeah. Porno. Oh, yes. Yeah. So, your new single, If Tomorrow Never Come. I'm a big country fan. Did I tell you before? Yeah, you were telling me. Yeah, I was telling you. And I had a big country hit in Germany. So I heard, yeah. So a million singles I heard or so. It was called Maschendrahtzaun. 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 We have to get, we have to make Garth Brooks big here in Germany. We have to make Garth Brooks big here in Germany. After me, though. Yeah, after you, but you're already famous. No, not yet. Do you remember we once met at the last year, I think, at the Bravo Super Show? Yeah, you can imagine a little guitar, I remember that. Yeah, for a year, at the Bravo Super Show, I saw Ron Keating and I also sang something with him together. And I didn't really understand what you were singing, because you had that Irish accent. Yeah. Yeah, we tried to translate it, but I think it was the wrong words that we had translated. Right. And we'll show you again. Let's see. And my favorite Boson song is what? What do you think? I start. Okay. Oh yeah, that's the one. Das fänd ich wirklich nett. Ihr kriegt bestimmt, die Mädels, direkt zu euch ins Bett. And you, that was your job. That was nach Rese. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, June các ганг уст. Denkastadach rím em. What is that what's your get? Irish. palherzine Liebe a hearзť thý mêir. Okay. Die Mädels sind so scharf auf euch, die Jungs sind voller Neid, voller Neid, doch wissen sie nur eins nicht, dass ihr alle schwule Hupen seid. Das ist nicht wahr. Wir verstehen was ich singe. Ich weiß, die Frauen sind alle nach ihr aber nicht alle nachvollziehen. All right, danke sehr sehr, of course ihr nicht! Nein, ich bin nur ein klischee. Nein, ich bin nur ein klischee. Nein, nein. Du hast zwei Kinder. Die anderen fünf Leute waren ja. Ich sage das jetzt in Deutschland. Er war natürlich verheiratet und hat zwei Kinder. Natürlich. Aber das ist nur ein Klischee. Ich bin jokin. Ich bin jokin. Ja, ich mache Spaß. Shall we singen eine neue Song? Sure, ja. »If Tomorrow Never Comes«? Ja, ja. Es ist eine sehr seriöse Song. Es ist. Also wir müssen in der richtigen Serie... Ach so, ich muss noch einen Aufguss machen. Ich muss noch einen Aufguss machen. Oh, all right. Ja. Was ist Aufguss in Englisch? Ja. Aufguss? Ab... Oh, ja. Ja. Water, ja. Ach so. Natürlich. Wasser. Aufguss. Es darf nicht über den Grünen gehen. 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 Wie, es darf nicht über den Grünen gehen? Nein, nein, nein. Was ist dann? Wenn es aus dem Grünen-Bereich fährt. Ja, dann könnt ihr rausgehen. Ist ja gar nicht das Problem. Aua. Oh, Entschuldigung. Hast du gespritzt? Okay, wir machen kurz noch so. Es geht direkt weiter. Klemmt was? Ne, was klemmt? Ich weiß nicht. Komm, mach den Fuß weg. So. Die ziehen aber alle. Die nehmen das tierisch ernst. Die wollen alle Mr. Band werden. Mach sich... Ja, das ist wirklich so. Die nehmen es alle unfassbar ernst. Die wollen alle gewinnen. Ja. Und Florian ist natürlich draußen. Macht sich den Lenz. Der sagt sich, komm, ich gewinn die anderen Wettbewerbe. Ja. Oh, it's really hard for them, I think. I tell you something. Wie lange sind die jetzt schon drin? 20 Minuten? Halbe Stunde? Wird ungesund jetzt langsam, oder? Ist egal, die sind eh alle krank. Okay, let's sing the song. Okay. Okay. This is a very serious song. It is. It's a serious song. And so we have to get in the right mood. Mein Damen und Herren. Ist ein ernstes Lied. Ja. Ich bitte Sie jetzt nicht mitzuklatschen und keinen Quatsch zu machen. Ja. Ist ein sehr ernstes Lied. If tomorrow never come. Sag dir schon der Text. Wenn morgen niemals kommt. It's serious. Mein Damen und Herren, kein Quatsch jetzt. Ist mir auch... Ist mir auch ernst. Gleich eins aufs Maul. Ja. Müsstens aufpassen. Babo. Das ist ein ernstes Lied jetzt. Okay. Sometimes late at night. I lie awake and watch her sleeping. And she's lost in peaceful dreams. So I turn out the light. Lay there in the dark. Yeah, very serious. And a thought crosses my mind. If I never wake in the morning. Would she ever doubt the way I feel about her in my heart. Then ask Morgan nicked me in a gift. But you know how much I loved her. Did I try in every way. To show her every day. That she's my only one. And if my time on earth was through. And she must face this world without me. Is the love I gave her in the past. Gonna be enough to last. Gonna be enough to last. When it's Morgan nicked me in a gift. And here's for you. There you go. Sensationaly. Thank you. Did you see the impressive pictures. Oh it's fantastic. The impressive pictures that I've got. Man, 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 das heißt es auch, if tomorrow never comes, heißt es jetzt auch für unsere Band. So, oh, der Eich, meine Damen und Herren! Eich, meine Damen und Herren! So, kommt gleich zurück. Elton, die Leute wollen, dass du auch da reingehst. Nee, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich muss doch gleich Sendung machen. Ach ja, natürlich. Geht doch nicht. Gleich Sendung. Hey! Ach, boah, aber bist so eklig. Du hast auch aufgegeben? Mach zu! Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Aber einen kleinen Applaus, meine Damen und Herren. Ich hätte nicht gedacht, dass der Klaus aufgibt. Weil der Klaus ist eigentlich so ein Beißer. Der will es eigentlich immer wissen. Ja? Obwohl, der Cesar hat natürlich die meiste Substanz da drin. Ja. You want to do another Aufguss? Ja, I'll do it, yeah. Ronan macht einen kleinen Aufguss. Aber nur einen kleinen, Okay. Ja, ja. Kleiner Aufgruss von Ronan. What a chat. You don't know how to chat if you are leaving after the show. Thanks a lot. Sehr gut. We love all your songs. Okay. Ja, so ist das. Musiker untereinander. Man gönnt sich nichts. Okay, Elton, was hast du mitgebracht? Ja, also erstmal habe ich natürlich eine neue Zuschauerfrage. Schon wieder einer aufgegeben. Mann! Keine Applaus. Tschür, tschür. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Ja, aber laufen können sie noch. Ronan, do you know why they call him Elton? Look at him. Yeah. He looks like? He does Elton John, yeah. Of course. Yeah. Ich geh denn wieder. Ja. You want to get to know his boyfriend? I know your boyfriend. No, 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 no. Come here. Come here. No jokes. No jokes anymore. Okay. I got some men for the jokes here. It's a serious show tonight. So, was hast du mit Ruhr? Soll ich eigentlich erst die Zuschauerfrage stellen? Ja, ne? Ja, genau. Ja, und zwar hat mir der Erwin in der E-Mail geschrieben. Ja. Und, ähm. Oh, wieder einer aufgegeben. Kleiner Applaus für den. Ich dachte, es war so. Okay. Ja. Ja, okay. Ja. Wo ist der Stand? Nur noch Herb und Wolfgang drin. Ja, ich glaub, die beiden lassen sich jetzt nicht, äh, abwimmeln, oder? Ja. Ja. Da müssen wir uns. Ja. Vielleicht sollen wir sagen, dass wir den beiden den ersten Platz geben, oder? Das muss man sagen, wer so lange ausgehalten hat, oder? Ja, und ich guck. Elton, du musst zu deiner Show. Das war so pleasure. Gleich, Elton. Tschüss. Ja. Komm, wir holen sie raus, meine Damen und Herren. Zwei Gewinner heute. Ja, da wollen wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Beide den ersten Platz. Herb und Wolfgang. Riesen Applaus. Komm raus. Ganz langsam. Sensationell. Ja, beide gewonnen. Beide erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. Sensationell. Herb und Wolfgang. Beide erster Platz heute. Ja. Sensationell. Professionals. Ja. Große Leistung. Eine ganz große Leistung. Ja. Nochmal hier. Das hier ist die aktuelle Platte, damit Sie es noch mal sehen, meine Damen und Herren. Kaufen Sie die bitte morgen. Morgen. Is it already out? It comes out next week? Yeah. Yeah, now it's out this week. This week? It's out this week, yeah. Okay. Das gibt's schon zu kaufen. Ronan Keating, if tomorrow never comes. Ja. Eine Riesen-Nummer gefällt mir echt persönlich auch sehr gut. Ja, meine Damen und Herren. Das war's für heute. Morgen unser, äh Quatsch, morgen am Montag. Unser Titelverteidiger. Ja, ist doch klar. Heute ist Donnerstag. Die nächste Sendung ist am Montag. Ja, unser Titelverteidiger. Dann haben wir. Ja. Dann haben wir am Montag. Jetzt halten Sie sich fest. Halten Sie sich fest. Am Montag bei uns, ja. Von der World Wrestling Federation. Der größte Typ. 2,17 Meter. Big Show heißt er. Und dann, meine Damen und Herren. Am Montag hier. Der Messias und sein Partner. Modern Talking. Eine Sensation, oder? Am Montag hier. Thank you very much. Thanks very much, Scott. Thanks, Scott. Thanks, Scott. Thanks, Scott.